Jedes Jahr am 8. Tag des 4. Monats, 4.8. nach dem Mondkalender, feiert das Miao Fock in der Provinz Guizhou ein großes traditionelles Fest. Man gedenkt dann, dass vor langer Zeit ein Miao Held sein Leben opfert, im Kampf gegen Feinde, die sein Dorf eingreifen. Zu seiner Ehre treffen sich die Miao jedes Jahr in ihrer festlichsten Nacht zum 4. Barfestival, 11. April nach dem Sonnenkalender. In der Umgebung von Kai Li gibt es mehrere Dörfer, in denen die Menschen noch nach alter Tradition leben und in denen die Menschen bis heute traditionelle Trachten tragen. In China und speziell in Guizhou gibt es Feste von vielen ethnischen Gruppen. Aber die Feste des Miao Focks sind die größten und schektakuliersten. 2018 war wir auf einem Dorf. Es heißt der Feste des Miao Focks sind die Miao Fohen. Es heißt der Feste des Miao Fohen. Bei der Stad von Kai Li. In der Nähe von Kai Li. Ah, mein Name ist der Wien. Der Wien ist der Wien, der mich in der Wien, aber auch der Wien, der mich in der Wien. Ich bin der Wien, der mich in der Wien. Und das Wien ist der Wien. Ah, mein Name ist der Wien, nur die Wien, wenn du dich in deinem Leben bist. kiffemien 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 wo kiffemien e Der Liede, der Liede, der Liede, der Liede. Untertitelung. Das wichtigste Musikinstrument bei diesem Fest ist die Mundorgel, Luschen auf Chinesisch, Bambus Mundorgel. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018